Let´s go! Okay Hier ist schon eine Truhe Es sind wahrscheinlich zwei Truhe hier, jawohl Ist das die epische schon? Ja Okay Was geht hier ab? Okay Woah! Ähm, okay Starten wir mal hier Mhm Alter Falter Junge, Junge Da haben wir einiges vor uns Wow Okay, wo starten wir aber? Is das nicht der Kalkt? Ja, ich werde hierher kommen. Ich komme hierher, ich komme hierher. Ich komme hierher, ich bin hierher. Ich bin hierher, ich bin hierher. Ich bin hierher. Warte, wir die hier übertreiben. Boah, war das knapp. Bitte fall nicht. Okay. Wieso machen die das so kompliziert? Okay. Das ist auf jeden Fall an die Kante. So bleib hier. Oh, okay. Jetzt seh ich's. So einfach laufen lassen. Nice! Hier geht es weiter. Ich habe die Droh nicht vergessen. Oh, was geht hier vor sich? Aufstehen. Oh, was ein Aufwand. Da geht's zur Droh, oder? Das musste ich mal abchecken. Oh, was ist das? Ah! Ich bin der Fall. Okay, ich muss hier rein. Ich schau mal, ich schau mal. Ganz easy. Mal schnell rüber. Oh, das muss hier hoch. Ups. Oh, das muss hier. Was kommt jetzt? Naja Nein Oh, ich dachte das fällt runter. So, wie holen wir jetzt die Truhe? Ich bin gespannt ob es klappen wird. Müsste klappen oder? Zu langsam. So, probieren wir es mal anders. Ähm Hier an die Kante. Und? Yes Ah! Nein! Zu schnell zu viele Tasten gedrückt. Und das Ding ist natürlich zurück. So wie es sich gehört. Aber es funktioniert. Jawoll Hey mit der Truhe. Hey mit der Truhe. So, jetzt kann es weiter gehen. Aha. Nein. Zu langsam. Das kann man ruhig ja schon vorher aktivieren. Laufen lassen. Aktivieren. Oben warten. Oben warten. Nice. Wie lange hält das hier? Boah. Boah. Aktiviert das Spider. Yes. Okay. Aktiviert das Spider. So. Erstmal laufen lassen. Wenn noch nicht. Jetzt aber. Klopps. Yes. Das gefällt mir. Oh. What? Es geht hier vorsichtig. Aha. Wo war das knapp. Okay. Das eine deaktiviert die seitlichen. Und wo werden die anderen deaktiviert? Ähm. Ah, da hinten. Gut. Okay. Das heißt. Ne, was mache ich? Das ist doch hier. Oder? Ne. Oh. Ich habe dich. Oh, das ist ja so schön. Ehm. Das ist jetzt. Hey. So, sind wir durch? Ach schade. Nice!